Hallo zusammen, ich heisse Hussein Erdogan, bin diplomierter Finanzberater IAF. Ich habe heute mein Diplom entgegennehmen. Für mich ist es ein Privileg in der Schweiz den Beruf Finanzberater auszuüben. Ich habe mich bewusst für IAF entschieden, weil IAF steht für mich für die Qualität und das ist in der Kundenberatung das A und O.